Guten Abend erneut im Filmmuseum Frankfurt zu meiner carte blanche. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend einen ganz außerordentlich anrührenden Film vorstellen darf, nämlich Brokeback Mountain. Es geht um die Liebesgeschichte zweier schwuler Cowboys. Das ist in Amerika ein ziemlicher Skandal gewesen, dass der Urmythos der Amerikaner oder einer der Urmythen der Amerikaner, nämlich der des Cowboys, der sich in einer rauen Umwelt zu behaupten weiß, dass der gespiegelt wurde durch den tollen Regisseur Ang Lee, den ich eh verehre für seine Filme, unter anderem Eissturm, dass dieser Mythos des Cowboys transformiert wurde in die Liebesgeschichte zweier schwuler Männer. Mit all den Schwierigkeiten, die das vor allem natürlich im Amerika der 60er Jahre, wo der Film startet, auslöst. Es gibt einen wunderbaren Cast, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Michelle Williams ist auch zu rühmen als die Frau des einen der beiden. Also diese SchauspielerInnen sind allesamt fantastisch in diesem Film, der enorm anrührend ist und das war damals ein ziemlicher Skandal. In manchen reaktionären Kreisen ist es wahrscheinlich immer noch ein Skandal. Das ist zu bedauern, denn es ist einfach nur die Liebesgeschichte zweier Menschen, die ein Begehren füreinander haben, die sich das zunächst mal nicht eingestehen wollen, es dann doch tun. Mit all den Kompliziertheiten in einer feindseligen bis reaktionären Umwelt. Beide heiraten, werden damit nicht glücklich. Das ist eine zeitlose und wahrscheinlich in vielen Teilen der Welt immer noch aktuelle Geschichte. Sie ist irre rührend und ich finde, es ist ein ein Meisterwerk dieser Film und ich freue mich, dass er dabei ist. Nach längerem Überlegen dachte ich, Brockback Mountain muss dabei sein. Ja, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit diesem tollen Film. Film ab!